Willkommen zurück zu Let's Pay Lego Star Wars, die komplette Saga. Wir sind immer noch dabei, das heißt ich, Derrachi und der Jokutz spielen immer noch hier und wir machen jetzt eine asiatische Massage. Was? Shopping? Na ja, komm, bitte hier. Was, mach ein... ach nee. Wir wollen Charaktere kaufen. Nein, dann hätte ich eine andere Richtung gehen können. Der ist ja wahrscheinlich schneller gegangen. Nein, dann können wir schon mal zeigen, was wir alle denn schon gekauft haben. ein Jahr war eine Sonntrücker er wird von ihr davon mit meinen ersten Augen es kommt aber wenn wir wollen hier kaufen wir wollen jetzt gehen uns das Geld langsam aus nur ungenauert wer ist das so genau genau so ab und der ist der letzte Evo und Boba Muppert den hätten wir kaufen sollen und dann nur für das genommen nein Boba ist cooler der hat die Geräte und dann muss er aber der Blaue ist Prozent er war nicht mehr gemeint das war wirklich aber auch die Rakete auf dem Urlaub auf und den Füßen der Wurzelt und so gut ach so ich bin ja ich denke mal das rote ist das was wir aktuell machen ja das ist zwei sehr rote schon diese Vorstellung aber Episode 6 die Rückkehr der Jedi Retter Kapitel 5 Jedi Schicksal ein Hauch vom Schicksal während um den Todesstern herum der Kampf zwischen den imperialen Truppen und den Rebellen wüte tritt Luke Skywalker vor Darth Vader seinen eigenen Vater ein Sklavenjunge auf Tatooine ein Held der Klonkriege der zum Lord des Sith wohl dem man in der ganzen Galaxis fürchtete Anakin Skywalker der Weg war er tatsächlich ein Finsterer vor seiner Schurkischen Meister im Verraten der Team muss mehr dann und dann so und ihn übertreten und sein Schicksal zurückfordern Darmt da das war die Station die vor du für gemeint hast die wir die auseinandergenommen haben die Landebasis aber wenn die das in eine genommen haben dann gibt es nicht so viel Sinn manchein haben wir nicht gut genug auseinandergenommen das schönes Laserschwert Star Wars ich glaube wir finden es nicht so lustig ich verstehe das jetzt irgendwie nicht siehst du selbst der Humor für sechsjährige ist zu hoch für dich eindeutig jetzt kommt Vater und Sohn gegen äh Opi das ganze Kapitel das und nur dieser Kampf ist? weiß ich gar nicht mehr das ist ewig her ja doch und das letzte ist dann natürlich die ja 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 der Todesstandsverstörung ja wo man fliegt dann ich wusste dass Palpatine immer auf irgendwelche Sadomaso-Spieler steht der Peitscht für seinen Schüler auf tja man ist es auf jeden Fall der Vader der steht auf Schmerzen oh man ich will nicht der Versager Look sein Scheiße hey ich bin Vader ja ich bin ein Versager ich dachte Vader hehehe hehehe lustig ha 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 eigentlich Kämpfe ist da die Schlacht eigentlich mit der Grund die haben jetzt gar nicht hier mit reingemacht eigentlich schade nein ja auch er blitzingst mich tja das Leben ist halt nicht mehr ja leider er ist es beim Blitz bei Dings bei vorne die Städte auch mal blitzingst lustig das ist lustig das ist meine Blitz bei Dings bei der Polizeikontrolle mir blitzingst funktioniert nicht wieso ich kann mich noch an alles erinnern ha 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 hast du dich mal in Black 3 gesehen? ja klar ja ja er also danach weil dies Ende da wo ich geguckt habe war nicht das Ende drauf und ich wollte halt unbedingt wissen wie das Ende ausgeht oder wie der Film ausgeht und deswegen hat er noch mal im Kino angeguckt okay wir wurden Waffen was ganz gemein ist die sind gemein was wollen die denn von mir ja Liebe Liebe machen Spiel und Spaß und große Liebe auch dass wir würden schon mal das ja das habe ich auch schon gemerkt aber was anderes hilft irgendwie nicht ich denke ich kann Luke im Film auch würden ich weiß nicht wo das macht also er kann es natürlich aber ich glaube er macht es eigentlich gar nicht ne? das macht dann äh er macht ich finde es so schade dass die ganze Linie Skywalker später in diesen Geschichten danach ein einziger Inzest taufen wird was ist das denn was passiert ich weiß nicht mehr 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 was dann passiert also ich habe immer noch die Bücher ich habe so viel Wikipedia gelesen ich kenne doch jede die Bläne ja das ist super Edipedia kann ich euch nur sehr empfehlen da steht so viele tolle Infos über Star Wars Universum ich kann mich denn mal totlesen wie gesagt da kann man der Stand von den Sondenten die dann halt alle irgendwie miteinander verwandt er sich da alle Leute ins Leben an Geschichten ausgedacht und es ist nicht krass von Stuttgart ist aus dem Jahr das ist ja nicht alles von dem eigentliche Sonderhöhungen verschiedenen und das ist doch alles daran das geht nicht es will uns das sagen und das betätigen ja das geht sogar Ja, du siehst auch voll alt, halt noch nicht, noch nicht. Ich kann da eh nicht rein, da müssen wir eh nicht rein. Ja. Ich glaube schon, oder? Ich bin nicht, ich bin nicht, aber ich denke mal, dass so ist. Hm, nee, Kopfgeleger bin ich dann doch noch nicht. Ich habe meine eigene Kopfgeleger-Staffel. Aha, staunst du, gell? Wen denn? Keine Ahnung, ja, ich weiß, ja, Boba fährt zum Beispiel kurz in der Staffel. Versager. Immerhin bin ich da weiter. Bis du? Boah. Was hast du? Ich bin dein Sohn. Ich bin jünger, ich werde länger leben als du. Und so nicht nur, weil du stirbst. Weil du mich umbringst, Boah. Nee. Der erste Mord in meinem Live-Letts-Play. Was? Der erste Mord. Der letzte Mord heißt das dann. Es ist ja zu wetteren, wer kommt zuerst, oder? Ich habe nicht zuerst. Wir haben irgendwas falsch gemacht. Ich werde es irgendwie da hochfahren. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir gehen auf die rechte Seite drüber. Da konnten wir auf jeden Fall hin. Und vielleicht hat sich da ein Imperateur versteckt. Erstmal auf mich zu schlagen. Ich muss dich nicht schlagen, damit du dich umbringst. Ach, sei ruhig. Hör mal auf. Ah, er bringt mich schon wieder. Gemeinerweise bringt er mich schon wieder um, ohne dass ich was dafür kann. Ohne dass ich ihn vorher ermordet habe. Einfach so. Nur weil das kann. Das ist doch immer meine Begründung. Achso, das ist Grund genug für dich, oder was mich umzubringen? Nein, noch nicht, noch nicht. Noch nicht. Höse. Scheiße, das hat nicht funktioniert. Hilsa Vady. Wo will sie denn hin? Wir spielen jetzt in Wade Todesstern. Na, haa. 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 Space in Wade. Das war. Haa. 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 Schmerz lassen nach. Haa. 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 Ganz ehrlich, was rauchst du eigentlich? Let's play. Haa. Haa. Es tut so weh. Es muss weh tun. So, was sollen wir eigentlich? Es tut erst weh. Nein, wir müssen irgendwie anfangen, so beide hier und dann irgendwie rumlaufen. So führt das zu nichts. Doch, wir müssen einfach hinterherlaufen, dann wird das schon. Nein, wir müssen beide gleichzeitig anfangen. Müssen wir doch die Jünger auch kaputt machen hier. Mensch, vertrau mir doch. Ey, wir haben eins. Ja. Ja. Ich lauf nach links. Mach mir einfach ding. Das ist voll blöd mit dieser Kamera. Lass es doch einfach bleiben. Ja, okay, dann komm mit. Nein, du kommst hierher. Ja, Chef. Ja, Chef. So eine Frage ist alles rot. Dann läufst du rechts und lang und ich links. Ich werde dich verkürzt wieder. Na gut. Okay, gehen und los. Nein, du bist das verkürzt. Jawohl, das waren alle grünen gerade eben. Es hat nicht funktioniert. Wir müssen erst diese Dinger kaputt machen wahrscheinlich. Nein, müssten wir nicht. Aber warum hat es denn nicht funktioniert? Sie waren alle kurz grünen. Ich habe es genau. Eben nicht. Eine ist genau in dem Moment wieder rot geworden. Siehst du? Die waren alle grün. Da müssen die Dinger erst kaputt machen. Ne, können wir gar nicht kaputt machen. Ne, müssen wir vielleicht auch nicht hier hin. In einen anderen Raum oder so. Ja, ach guck mal, die werden hier nacheinander, siehst du. Guck mal. Ja, dann werden sie gleich wieder rot. Nach einer Zeit. Oh. Ich weiß nicht, dass es wenig sinnvoll ist. Ne, das funktioniert nicht. Oder vielleicht hat das doch einen tieferen Sinn, eine tiefere Bedeutung. So ein Rätsel ist, dass wir gerade nicht entdecken. Hm. Ich glaube, wir müssen hier eh nicht hin, oder? Wir müssen ja den Palpat hin. Der ist aber oben drüber. Hm, ne. Wir müssen ja. Ja, hier. Dann müssen wir aber draußen eher was machen. Kann man sich das Dinger herkulieren? Hier kannst du Macht machen. Dann mach ich das doch mal. Das sieht doch schon so viel, viel, viel versprechender aus. Ja, und jetzt? Hm, das sieht doch nicht besser aus als vorher. Da kann man die Dinger, das kann man nicht kaputt machen. Kann man hier oben noch machen? Kann man hier oben noch machen? Kann man hier oben rumlaufen? Vielleicht? 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 Ich kann sie da nicht irgendwie rein saugen lassen oder so? Nein, ich hab schon geguckt. Da kombiniert. Hm, dann mach ich dir wohl noch etwas überlegen. Ey, du lachst, 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 lachst. Wir verkacken schon wieder, aber. Der Erbste. Oder dafür sorgen wir darum, dass du auch was wert. Ich hasse es, wenn wir die zu einfach sind. Hm, für uns nicht. Warte, gucken wir mal hier sogar. Okay. Gucken wir mal irgendwie eine bestimmende Reihenfolge aktivieren. Hier zum Beispiel der... Wie heute? Ja, sind sie all orange. Am Anfang ist all orange. Ja, malerweise musst du sie einfach nur alle aktivieren und passt zu normalerweise. Das klappt normalerweise, aber in dem Fall irgendwie nicht. Aber manche bleiben länger grün als andere. Hat das vielleicht auch was zu bedeuten. Also manche gehen zum Beispiel sofort fast wieder rot. Bist du zum Beispiel der hier, der wird sobald ich draufkomme? Ja, 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 das ist schon irgendwie eine bestimmte Reihenfolge. Vielleicht müssen wir die irgendwie freiliegen, aber wir kriegen es einfach nicht hin. Weil anders kann ich es mir nicht vorstellen, weil davor war ja hier auf den Dingern auch irgendwas. Aber das... Hm. Ich bräuchte irgendeinen Charakter, der schießen kann, damit wird es bestimmt leichter funktionieren. Ja, ja. Eike. Schauen wir mal rum, ob wir noch sonst irgendeinen Raum gibt, den wir noch nicht besucht haben. Bevor ich noch hier fünfmal reinfalle. Obwohl das natürlich auch lustig ist, wenn ich hier reinfalle. Oh, hast du ja eigentlich auch reingefangen? Hm. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern daran, diese Szene. Wusstest du, dass Katzen überhaupt nicht wirklich schnurren können, sondern es ist nur der schnellere Herzschlag, der diese Geräusche macht? Nein, aber du hast es mir gerade eben gesagt. Danke. Komm mal hier rein, vielleicht fährt hier doch irgendwas hoch. Warte mal, guck mal hier, hier, ne, hier waren wir schon, aber auf der anderen Seite, hier rechts, war hier vielleicht irgendwas. Hm. Da brauchen wir so ein Kleinzwerk. Die Tür, das war schon mal. Komm mal rein. Komm mal rein. Da kommt man bestimmt rein. Okay, wir können bestimmt rein. Okay, wir können bestimmt auch nicht rein. Verdammt. 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 Verdammt! Verdammt. Verdammt. Nee. Dann werden da so vorgefährdigte Bahnen. Ich muss doch einen Grund haben, dass wir das da aufgebaut haben. Können wir vielleicht außen rum irgendwie gehen? Du kannst aber von unten hier nicht irgendwie die Macht da oben aktivieren bei den Teilen. Nee. Ist zu weit weg. Komm mal hier rechts rüber. Da können wir oben rum. Müssen wir den oben rum irgendwie verfolgen und nicht hier unten rum. Dann erklär mal, wie wir hochkommen. Ja, da ist doch das rote Ding da. Hier. Schau mal da. Das kann ich ja runter machen. Dann kann ich hier schon mal was zusammenschustern für uns. Und dann habe ich hier einen Ventilator. Und wenn ich hier noch aktiviere und da hinbaue, mit dem Zeug zusammenbaue, dann haben wir hier einen Ventilator. Und dann kommen wir schon mal nach da oben und dann sind wir auch schon auf der Höhe. Ich würde ja fast sagen, du... Ich bin ein Genie. Ja, das war. Warum springst du ihn wieder runter? Das war nicht ich. Das war die Macht. Ach ja, die Wege der Macht sind unergründlich. Ich weiß. Das Zitat war, als wäre es mir angebracht. Oh mein Gott, ein, zwei oder drei. Ja. Ein, zwei oder drei. Ob ihr wirklich richtig schwebt, wenn ihr seht, wenn ihr seht, wenn der Joke jetzt dumm angeht. Dann müssen wir mal irgendwie hochzukommen oder so. Mann, wie so ein bisschen du wieder rumbeutig fallen. Ja, warte doch, Mann. Es kommen ja schon. Oh, hier ist die Münze. Ja, komm mit runter, mein Gott. Was stecken, Junge. Mann, was machst du denn schon wieder? Du hast es einfach nicht drauf. Nee, hab ich auch nicht drauf. Das ist dein Problem. Würde ich auch sagen, ich bin echt ein Versager. Ich sollte eigentlich meinen Kanal löschen und mich einsperren im Zimmer und weinen. No. Ist das an deinem Ermessen? Ich brauche mehrere angemessen. Das wäre nicht. Doch jeder von mir schaltet er nicht drauf. Haha. Wie erwischt das mich? Ich lasse das jetzt schon. Hm, sehr schön. Ich kann mich da am Palpatine. Nein, tue ich nicht, weil er mich weg macht. Pauwel ab, Pauwel ab, Pauwel ab, Pauwel ab. Boah ey, Pauwel ab, Pauwel ab. Hm, wir müssen ihn immer zu zweit angreifen, dann wird nichts. Demn hier habe ich das auch anders in Erinnerung im Film aber nicht. Das war Bild und ich kann mich auch nicht an diese Flächen erinnern. Also, muss ich ganz ehrlich zugeben, wo man der Saft sagt. Hm, weiß nicht, in Saftladen. Nein, ich schon wieder hier. Ah, ich will euch doch nur. Okay. Kann man nicht so können, dass man nicht so klicken kann. Aber irgendwie auch nicht. Ja, hier wird sie einfach. Ja, ich kann leider nicht so. Das macht's einfacher. Ich kann nur bedäuben. Ja, da gebe ich nicht mehr rein. Da haben wir keine dritte blöde. Blöde Raum da. Da haben wir erstmal genug von. Amo 2. Da geht's weiter. Da geht's weiter. Jetzt können wir auch hier hochfahren, denke ich mal. Erstmal müssen wir hier ein bisschen schlauen. Jetzt findet er wieder dringend. Wenn man ihn selber spielt, dann kann man nicht so hoch spielen. Schnauben auf gar keinen Fall. Nooo. Hm. Jetzt muss ich jetzt was zusammen brauchen. Verdammt. Das ist heute mit einem Saftsäckenden. Ja, das ist so ein neben dem Saftladen. Und ein saftesäckenden. nicht gut finde ich gut finde ich absolut super und so also mehr oder weniger und kann mich noch mal wollte vier Herzen hat er noch naja ist doch keine Herausforderung ich habe in der Möglichkeit gar kein Herz durch meine Mutter selbst ein Ziffert antheorie ein Herz was ich irgendwie bohren kann die damit töten kann und ich werde mal geklärt werden sein wahrscheinlich kann man erst später dann eben dahin gehen da wo wir in diesem Schalter schon Jahr und schon der Karte mehr Charaktere beschädigt und solche wir müssen bauen wenn ein ich meinte er so weil weil es erst da gute Reise auch nun schlafen der schläft nur erledigt warum zählen nur mit einer Hand im Schlecht oder nicht schaden Schätze 5 München reden und die Kulisse seine Mutter du und ich gebracht noch ganz schön verzeihen wird zu sein so traurig für die Karte er hätte sich in der leichten Schäden Lege Humor er bleibt geschlossen freiespiel freigeschaltet ja und das besondere Überraschung haben uns ja gesagt wir spielen sie jedes Level doch mal im freien Spiel durch oder wir sind noch nicht das letzte war ich das letzte Jahr aber trotzdem sagen wir jetzt schon mal so Spoiler mäßig gewalt der Action noch mal von vorne ja auf jeden Fall spielen wir jetzt aber das alles erst im nächsten Part weiter bis dann wünsche ich euch eine schöne Zeit Servus Tschüss